Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen, liebe Auftraggebervertreter, liebe Vertreter aus Politik und Verwaltung, liebe Gäste. Gerne hätte ich Sie jetzt wieder persönlich, live und in Farbe zu unserem Neujahrsempfang der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen begrüßt. Leider lassen die Umstände ein Präsenztreffen aber noch nicht sicher zu. Das bedauere ich natürlich sehr. Schließlich ist der Neujahrsempfang der BVMB das wichtigste Treffen unserer Mittelstandsfamilie in der Bauwirtschaft und Treffpunkt für viele wertvolle persönliche Begegnungen am Beginn eines neuen Baujahres. Gleichwohl möchte ich die Gelegenheit nicht auslassen und unserem guten Brauch folgend Ihnen alles Gute, Glück und Erfolg für das neue Jahr 2022 zu wünschen, vor allen Dingen aber Gesundheit. Auch im zweiten Pandemiejahr hat die mittelständische Bauwirtschaft ihre wichtige Funktion als Konjunkturmotor und Leistungsträger der deutschen Wirtschaft bewiesen. Unsere Unternehmen haben sich mit Umsicht flexibel auf die neuen Herausforderungen eingestellt und für sichere Arbeitsplätze gesorgt. Allein die Corona-bedingten und nicht vorhersehbaren Preissteigerungen sowie der Mangel bei vielen wichtigen Baumaterialien haben 2021 einen bremsenden Effekt auf eine noch positivere Entwicklung der Branche gehabt. Insgesamt blicken wir als Baumittelstand mit Zuversicht und Tatkraft in die Zukunft. Die Perspektive ist positiv. Die neue Regierung, meine Damen und Herren, muss aber liefern. Die angekündigten bzw. geplanten Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur lassen grundsätzlich eine sichere Auftragslage auch im Jahre 2022 und die Folgezeit erwarten. Voraussetzung ist allerdings, dass die von der Politik angekündigten Investitionen z.B. in den Ausbau der Schienenwege oder die Instandsetzung der Brücken auch tatsächlich in Ausschreibung auf den Markt gebracht werden. Hier sehen wir nach wie vor einen Flaschenhals in Form von Planungs- und Genehmigungshemmnissen. Die neue Bundesregierung wird ohne Zeitverlust ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen müssen, die Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich zu beschleunigen. Andernfalls droht ein Verkehrsinfarkt mit erheblichen volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Quasi muss ein Systemwechsel in diesem Punkt her. Auf der einst weltweit gelobten und uns beneideten guten Verkehrsinfrastruktur in Deutschland können wir uns nicht länger ausruhen. Viele marode Brücken müssen gleichzeitig saniert oder erneuert werden. Gleichzeitig darf auch die Instandhaltung der Infrastruktur insgesamt nicht vernachlässigt werden. Die zunehmenden Sperrungen von Brücken durch den Komplettverlust ihrer Tragfähigkeit in den vergangenen Wochen zeigen, dass es nicht, meine Damen und Herren, 5 vor 12 ist, sondern schon 5 nach 12. Es ist auch nicht zu Ende gedacht, den Ausbau und die Instandhaltung des Straßennetzes in Deutschland zu verlangsamen, die Investitionsmittel zu kürzen oder gar insgesamt infrage zu stellen. Straßen sind unter anderem für die Bauwirtschaft der wichtigste Verkehrsträger, um überhaupt klimafreundliche Infrastruktur in Deutschland bauen und instandhalten zu können. Wer nachlässt, in Straßen und Brücken zu investieren, gefährdet damit das Erreichen der gesetzten Klimaziele. Um die Ziele der Verkehrswende auch nur ansatzweise zu erreichen, bedarf es auch einer professionellen und leistungsfähigen Bauherrnkompetenz. Hierbei liegt der Fokus besonders auf dem bundeseigenen Unternehmen im Infrastrukturbereich. Die Fortsetzung des Organisationsaufbaus bei der Autobahn GmbH und insbesondere die aktuell im Koalitionsvertrag der Ampel angekündigten Umstrukturierung bei der Deutschen Bahn AG erfordern eine klare politische Führung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die politischen Entscheidungsträger müssen in diesem Zusammenhang verhindern, dass die dringende Instandhaltung und der Ausbau des Schienennetzes durch langwierige Umstrukturierungsmaßnahmen im DB-Konzern gestört wird. Das Ziel der Ampelkoalition, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, ist ambitioniert. Die Bauwirtschaft stellt sich dieser Herausforderung in der Erwartung, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen dazu zeitnah durch das neue Bundesbauministerium festgelegt werden. Neben der Förderung von 100.000 Sozialwohnungen bedarf es weiterer Anstrengungen der Politik, die Schaffung zusätzlichen Wohnraums zu ermöglichen. Kontraproduktiv sind insoweit regulatorische Investitionsbeschränkungen wie der Mietendeckel. Meine Damen und Herren, Planwirtschaft statt Marktwirtschaft ist noch nie in der Geschichte ein Erfolgsmodell gewesen. Neben dem Neubau gilt es stärker auch, Möglichkeiten für das Nachverdichten und Anreize zur Modernisierung zu schaffen. Von besonderer Bedeutung bei der Schaffung von Wohnraum ist der Ausbau einer effizienten Infrastruktur, um die Wohngebiete nicht von den Stadtkernen oder Arbeitsstätten zu entkoppeln. Das gilt einmal in verkehrstechnischen Fragen, was besonders einen massiven Ausbau des ÖPNV bedingt, und einmal in Sachen natürlich der Digitalisierung. Ziel muss es sein, gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land sicherzustellen. Breitband und insbesondere 5G müssen dafür auf dem Land endlich schneller ausgebaut werden. Glasfasernetze sind die Zukunft der Datenübertragung und der Digitalisierung der Wirtschaft und der Verwaltung. Fast nirgendwo in den Industriestaaten ist der Glasfaseranteil jedoch so niedrig wie in Deutschland, in unserem Land. Wenn im Koalitionsvertrag der Ampel davon gesprochen wird, dass Deutschland einen umfassenden digitalen Aufbruch braucht, ist der Glasfasernetzausbau die Voraussetzung dafür. Das Tempo dafür kann gar nicht schnell genug sein. Wir, die Bauwirtschaft, stehen für diesen sehr herausfordernden Prozess bereit. Auch bei der Umsetzung der Klimaschutzziele werden gerade wir als Mittelstand eine tragende Rolle spielen. Die Werte wie Generationsverantwortung und Nachhaltigkeit sind unsere DNA der mittelständischen Bauunternehmen, die als Familienbetriebe in Dekaden denken und agieren. Wir optimieren stetig unsere Prozesse und Produktionsmittel und verringern dadurch zum Beispiel auch deutlich die CO2-Emissionen. In gleicher Weise stellen wir uns dem Wettbewerb bei der Einführung neuer Kriterien zur Nachhaltigkeit oder den Vorgaben öffentlicher Auftraggeber bei der Einführung neuer Verfahren und Produkte. Wir sind aber auch daran interessiert, dass die Vergabemodelle für Bauleistungen mittelstandsgerecht sind und sich die öffentlichen Auftraggeber wie auch in den beiden benachbarten EU-Staaten praktiziert, bei Vergabeentscheidungen stärker auch am Verbleib der Wertschöpfung im Inland und bei der heimischen Industrie orientieren. Die Flexibilität und Innovationskraft des Mittelstandes ist vor allem durch unsere engagierten und hochqualifizierten Mitarbeiter gewährleistet. Hierfür noch einmal auch von dieser Stelle einen großen herzlichen Dank an unsere Mitarbeiter. Gleichwohl bedarf es auch im Hinblick auf die Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Arbeitskräften noch deutlichere Unterstützung der Politik. Der Fachkräftemangel ist auch in der Bauwirtschaft deutlich spürbar und muss durch attraktive Rahmenbedingungen und verstärkte Möglichkeiten des Einsatzes von Zuwanderern verbessert werden. Das ist noch einmal der Appell auch an die neue Ampelregierung. Insgesamt sehen wir für unsere Mitgliedsunternehmen in der BVMB und die Branche positive Perspektiven. Die Politik muss dazu aber auch liefern, die mittelständischen Bauunternehmen und die Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen werden auch 2022 dabei der gewohnt verlässliche Partner der Politik und der Auftraggeber bleiben. Für das noch junge Jahr 2022 wünsche ich uns Gesundheit, aber auch das notwendige Geschick und die Weitsicht, um den Herausforderungen, die das Jahr unzweifelhaft für uns bereit halten wird, begegnen zu können. Meine Damen und Herren, die gesamte BVMB-Mannschaft freut sich schon heute, dass wir uns dann hoffentlich am 30. Mai in Bonn zum Tag der mittelständischen Bauwirtschaft sehen. Glück auf und Attacke, meine Damen und Herren. Alles Gute bis dahin. Glück auf und Attacke, meine Damen und Herren. 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 Glück auf und Attacke, meine Damen und Herren.